Ich bin Sia Ich bin Dick Schroren wird da nochmal kommen, wa? Das ist eine gute Überholstelle, Evo, das hab ich mir auch schon gemerkt für Dremden Da außen, weißt du? Wenn ich da reizwäng, kannst du da außen schön Da hab ich mir schon überlegt, so die ersten Runden Ja, aber wo ich am Zeit liegen lasse, ist halt hier die Passage Ja, ich aber auch Also 53,6 ist bei mir wirklich Ultimator Ja, das wär bei mir auch maximal drin, glaub ich Früher, ungefähr Na vorne, eben, hinten 1,1 Nein! Jetzt 1,1 an Mach 2,7 und dann Hoppen Mit Rennen Hätte ich zum Beispiel 2,9 fahren und quali 2,7,8 Genau Sicher ist sicher 2,8 Ja, das ist ok Auf jeden Fall Am Tag ist wieder SGT Bist du dabei, Mike? Bist du mit Rennen? Mal gucken, was brauche ich denn als Spätschicht? Regner Klein Oh, jetzt wird's dunkel, jetzt kommt der rechter Regen Ja Ja Dann nehmen wir auch den Ferrari und dann können Evo, du und Ecke machen wir ein Reisteam Ja Dann arbeite ich euch das Ferrari Setup, Evo Jetzt sind wir noch Vorher Ich hab einen Ferrari Setups los nicht, oder? Ihr seid vor mir Welche Strecke? Die bringt du mich was jetzt Da seid ihr aber nicht vor mir Ah! Das ist ja der Ferrari Oder was? Ich 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 guck mal schnell Sind wir da nicht gefahren? Nein Es regnet, es regnet Die bringen 05, glaube ich Wartet Ja, es gibt ja Sie bringen 05 und 05 und Stuhlgang User disconnected from your channel User entered your channel Er soll 05 und Stuhlgang Was hat er gesagt? Sie bringen 05, Sie bringen 05, Klasse, Club oder Panos? Leute Also kphilziger Da Oh 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 Stuhl in der Piterien Oh, nicht schlecht. Ach, ich habe 60 Euro Zusatzballast. Ah, da hat er geguckt, aber ich hatte 100 Liter Medium Reifen und dann kam der Regen. Ich probiere jetzt mal was ganz anderes aus. Ah, gerade noch rechtzeitig aufgepasst. So, kann es losgehen, oder? Ah, ja. So, kann es losgehen? Ach, da ist ja einer dazu gekommen. Noch einer. Ein Nitzke ist schon. Ach, das ist hier nur an der Hand. Nur mal schnell, nicht? Das Hotel! Jawoll! Ach was! Ach was! Und du hast gemeint, du musst hier so stark verbremsen, ja? Ja, es ist leicht feucht, ich habe 100 Liter und Medium High. Oh, Schwerde. Jetzt kommt keiner mehr raus hier. Ich habe ein Problem mit meiner Tastatur. Ich kann nicht Escape drücken. Ah, kannst du wegfahren? Ja. Normalerweise löst sich das aber, wenn du einmal in die Box gefahren bist. Jetzt klappt es wieder. Jetzt klappt es wieder. Und vom Original-Kurs? Was? Andersherum eigentlich? Vom Original-Kurs? Abgestreckt hier? Das willst du hier nicht spielen? Nee. Kommt jetzt da vor? Nee. Es wird ja wahrscheinlich nicht so vorkommen, weil wir noch die 2007er Besitz fahren, wo die Stadt Zielgeraden waren. Aber vom Schleckenverlauf gibt es die National-Variante ja auch heute noch. Auf der Variante fällt ja die BTZC auch hier ran. Ja. 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 Hör ich schon. Er war mir. Ihr Erfolg heute. Danke. Oh. Ich habe AA gemacht. Ja. Mark Madman sieht man gar nicht sein Auto. Ich bin du in Deutschland. Untertitelung. BR 2018 . 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh, Nico oben noch. Bilski unter den 15.9. Wir sind von Platz 1 bis 22 durch deine... Und 2.8, was, Roshi? Ja. Ja. Die soll ja ab 2.9 gefahren. 2.9 habe ich. Am Rennen fahre ich ab 2.9. Was ist denn bei euch der 6. Gang für eine Besetzung? Äh, 33, 32. Was? Und dann fährst du mit 2.9? Jetzt 8. Ja, ich bin auch schon am überlegen, ob man komplett auf den 6. Gang kackt. Einfach länger zu ziehen, alles. 5 kmh den 6. Gang kann man auch lassen, denn und einfach den 5. länger machen. Da meinst du, die Windschatten-Duelle auf der Gragen... Weiß nicht. Ich weiß, mit dem MX-5 da das Ding hab ich dazu gemacht, dass ich komplett den letzten Gang weggelassen hab. Und dann an Duffel. Länger. Und jetzt kommt der Regen. Und jetzt kommt der Regen. Jetzt geht man aber sehr schnell hier. Ja. Das hier ist wie bei der Truman Show. Das ist halt ein Studio hier. Das ist so schneller als der Regen hier. Ja. Ja. Das hier ist halt England, ne? Ja, genau. So krass in echt wäre das auch nicht. In England. Margaret, was meinst du? Regen ist schon raus? Och ja, nimm mal mit. Das könnt ihr jederzeit anfangen. Und jetzt schwarz. Weiter. Zwiebel. Gut. Ah, Nilski. Cool. Auch 54.9. Alle, die 54.9 haben. Nilski, was fährst du? Flügel? Flügel? Acht. Aber ich hab kein Setup für das Ding. Also ich hab einfach ein paar Sachen eingestellt erst mal. Mike, mach mir bei dir kein Kopf. Ist ja noch lange, lange Zeit. Ja, Viertelstunde raus. Naja, Mist. Ich hab Flammo immer gesagt. Dann wird da eine 53, äh 52 geht ein Problem sein, wa? 52, weiß ich nicht. Zweifle ich. Ach, bei Flammo. 52? 52 geht. Nein. Boah, ich auch kurz. Das eine haben wir mal kurz davor. Aber es geht halt. Ja, ich hab mal. Dann hatte ich immer einen Freeze. Ja. Nein. Nein. Ich hoffe, der Quali ist komplett riegend in Benninger. Die ganzen Karten neu gemischt. Alle mit eurem scheiß mechanischen Grip für den Arsch. Meinst du das? Das dient dir, dass er in der Porno im Manga ist. Okay. Ich stebe aber aus dem Jenseits. Die haben Kontakt. Nein, zum Beispiel. Mike ist mit dem Satan unterwegs Ja, zweiter Sektor 46 6 6 6 Warnet bei Anna, weil ich den Titel bekommen habe, soll so wie bei Anna sein, die Regenlei Warnen in zwölf Runden Regen Ah, sieben Runde Ja, aufgehört hat er ja früher schon Ja, da klippt es waren so zwölf, dreizehn Runden Ja, sagen wir mal fünfzehn Runden Ich dachte das ist bei dem anderen kaputt, aber da hat wirklich nur eine rot leuchtende Lampe hinten Was macht es? Es leuchtet roh Tiefel Regen kommt so gut auf Softs fahren Ja, ja, na ist der Soft Regen Soft Regen Soft Regen Soft Regen Soft Regen 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 Ach eh, wo wäre das schön war, wenn das jetzt das Quali Tableau wäre und alles eine Sekunde schneller auf die ganzen Rundenzeiten eine Sekunde schneller jeweils So wird er durchkommen, wa? Oh, JB hat ja auch schon fleißig üben, wa? Ich sehe 54, 2 Nein Ich habe nicht viel üben Luft war kaputt Luft war kaputt? Egal Ich mach doch ja nix Scheiße Roschi, leer doch voll Ah ne 1 Liter Was? 1 Liter Toll Haste noch Oh, Nilski hat den Schuhmacher gemacht Hallo 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 Das ist jetzt der Schuhmacher Ja Ja, er hat sich da auch, glaube ich, an der Stelle die Beine gebrochen Weil die Bremse nicht gegen bei 300 Ne, das war an der anderen, am anderen Ende der Strecke Das war nicht da Ja, Obo auf Silvaston Ja Roschi, alles gut, ich habe dich nur noch abfliegen sehen Ja, das denke ich Ach so, jetzt müsste ich mich kommen Ah, dafür hat er noch gut gebrannt Hilfe müsste gleich kommen, halt aus Boah, ich muss mal trainieren, ich bin voll müde, ey Na? Was, Schach? Ne, heilen, heilen mal Haha Mikado Ich habe mir voll in den Finger gestochen Ja, die ganzen E-Sportler heutzutage, wahr? Oh, bin ich geschafft vom Training Ja Boah, ne, ich bin echt am Arsch, ey Warum, was hast du denn gemacht? Ja, Fitness Ich muss, ich muss meinen Bierbauch wegkriegen Press raus, press rein Press raus, press rein Ich bin vor dem Spiegel Eine Stunde, Alter, bin ich fertig Ja, meine Frau sagt, das hilft bei mir nicht Ich darf jetzt nur am Wochenende austrinken, das war's Echt? Ja Hast du noch 10 Minuten? Ja, ich, äh, 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 bin dabei 10 Minuten, dann ist Rennen oder was? Nein, dann ist Quali Ende Achso Quali? Dann, dann ist Quali in 10 Minuten Aha So Kuckuck Wenn jetzt so bleibt der Regen Passt du Drückt da jemand Bierduden an sein Kopfblatt oder was ist da los? Der lädt eine Backnung durch Ne, das klingt zu hell meh I Bei den Bedingungen, was fahrt ihr jetzt? Zeig mal langsam noch Damit wir jetzt gleich fair bleiben, kann man ja jemandem ein schönes Setup geben Und alle mit Standard? Ja. Echt? Alle mit Standard? Ja klar. Doch, bei dem Auto egal Ja, bremsen und weifen müssen, müssen wir anpassen und gänge Ansturz, abrollen und so Waren rein? Das ist Standard Das ist krass Na gut, dann fangen wir mal erstmal an Motor voll hoch Kühleröffnung 2 Hier geht gar nichts, auch nicht schlecht Boah Ach, der sieht Äh Bremsen, mach mal nach hinten Bittig Denkeinschlag ist 8 Grad 8,5 Spure vorne 0,20 Spure hinten 0,10 Bremsenkühlung mach mal auf 2 2 Ah Ah Guck mal look'n Was ist das denn, Regen oder wat? Nein, ist kein Regen Das sieht nur aus Säure Salzsäure Ach du Scheiße Ordentlich schön mit Vaseline eine Reine Es ist aber nur feucht, es ist nur humid, feucht Ja, aber das Säure 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 8 8 10 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 Und da zieht man halt wirklich was hinter sich Also für das Quali ist feuchtig Entschuldigung Ich reg mich nicht auf, krieg nur hohen Blutdruck Wie geht's denn, Bau? Der wird langsam straffer hier Wie alt bist du jetzt? 23? 25? Ich? Ja Oh, ich werd dieses Jahr 37 37 Ja, klingt wie Anfang der Zwanziger, deswegen frage ich Ja Okay, da darfst du schon mal Dann wär's ja mal 91 Da darfst du schon mal ein Schwabbel sein Ja, ne? Ja, richtiger Matsch So richtiger Clues Aber egal Ich werd auch 37 Von daher hab ich mir gesehen Passt das alles schon? Bist du denn? Ich bin nicht verspannelt Ich bin nicht verspannelt Eigene Alter ist klasse Ach nee Ja, da ist ein guter Schwerpunkt im Auto Dann sitz schön nach unten stellen Dann liegt das Ding wie ein Brett Ach, ich sitz wie Hightower im Auto Auf ne Rückbank Auf ne Rückbank Auf ne Rückbank Den Wagen bei dem Hightower das gemacht hat Das war mein erstes Auto Ohne Scheiß, den hatte ich War das denn Jugo oder was war denn das? Ne, Honda Civic So Nur der hatte den Boyer 83 Ich hatte n 81er Äh, das ist die falsche Richtung Nilski Ah, auch bemerkt Du wolltest grad n Derpen Cut machen Hab gesehen Mitten durch die Pampa Und das ging halt nicht, ne? Er krackt Ja, ich hab mir gleich Da würde kacken gehen Ja, ne, da Strecke Jetzt, jetzt ist die Strecke nass Ach, komm Meine Slicks kühlen ab Ach, pfff Da fährst du einfach zu langsam So, in die Slicks Geh dort Na, na, das ist hoch Also Dann ist nur Show Dann ist nur Show Ich weiß Alles für die Fans Na, sie haben Was war denn? So, jetzt bin ich aufgeregt So, jetzt bin ich aufgeregt So, jetzt bin ich probern gehen Bis gleich Ah, Strecke ist nass Was? 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 Er... Ja, ist nass Ja, ist nass Eine akkurate Spätbremsaktion hat nicht geklappt Die personally that I have Ich sprach Die was? Die 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 als Frage formuliert oh Mikes Zeit ist die Geschichte wenn er vom Klo kommt 1.8 hat er gehabt, wa? da ist der nächste drin ey der auch mit Pit wer denn? jeder kenn ich nicht bisschen Suppe Prost der Gäste lieber der Miljitz 6. Start jetzt der Miljitz wie ist man bei dem Spiel? jeder da ja nachlegen im Quali wen willst du nachlegen? na hier die 54.1.6 du hattest nämlich 54.1.8, wa? ich hatte 53.1 hm ja logisch die 53.5 geht gut aber alles was drunter ist muss es halt immer passen also das ist auch machst du denn mit Zellenumbruch in Schwinschrift oder machst du in Schrift ich drück ordentlich die Schrift hinein also so siebdruck mäßig ja Doppelstempel genau ich merke langsam funktioniert der Humor boah was Hami? und alle rauskeilen hetzen 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 eine Runde ja Siam ja Führig ja ich bin zu dämlich beim rausfahren schon 5.9 Euro ja ich sah das aber am Limit wollte ich rausfahren in die Leitplanke er wollte sich halt leiten lassen naja ja genau auch nicht er braucht ja ja ha 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 mach mal mehr Resonanz da Frequenz sagt ab mal Kanal 3 ja ja ha 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 das leitet aber geil die Ausdrucksbuchstaben äh Wörter haben wir im Filter drin äh gemütet die Stimme user joined your channel ha 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 Ja, das sei, dass das ein Driftauto das ist? Nein. Boah, der driftet ja voll. In der engen Rechtskurve da, nach Start und Ziel. Standart! Was macht denn der Sunjin wieder? Ja, ja. Dann geh mal ein bisschen mit dem Krebsschluss runter, 15 oder so. Was heißt das? Ich schon. Okay. Ja, kommst aus der Box und fightest wie verrückt mit den Leuten, die auf einer schnellen Runde sind. Komm mal aus der Box, ich war auf einer schnellen Runde. Nein, warst du nicht. Auf einer schnellen Runde? Ja, danach, aber du hast uns trotzdem noch aufgehalten, als wir auf einer gezeiteten waren. Ja. 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 sehr schnell. So assiste, das ist die Schreit! 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 Ja... Schreit! Schreit! Irgendwas hat sogar hier eingestellt Immer wenn ich Bremse trifft geht der Arsch weg Dann Bremse nach vorne stellen und... ...Werwirkung auf 45 Äh Kraftschluss Nochmal Kraftschluss auf 45 Bremse nach vorne stellen auf 60 40 Bremskühlung 2 Bremse nach vorne Ah, schon ein bisschen besser jetzt. Ah, ich verliere die ganze Zeit auf dich Zeit, ich weiss nicht wieso. Ah, ich verliere die Zeit. 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 Immer die anderen. Ja, JB hier. Was ja schade, dass es für Platz 1 hier reicht hat. Mit Fackel. Was bisschen eine Umgewöhnung ist, die schwarzen Bremszonen hier, Gummis, also die siehst du hier schlechter als sonst. Was für Gummis? Wegen der Orientierung ist es ein bisschen eine Umstellung. Was für Gummis? Der Gummiabrieb auf der Straße. So, da sieht man nur ganz schlecht jetzt gerade. Da hast du vor dem Nerf... Gummis! Ja, das ist so... Oh ne! Jetzt kommt der Regen. Habe ich die Zeit so richtig gesetzt? Ich wollte die Zeit gerade noch setzen, ey. Habe ich wohl jetzt eine Punktlandung gemacht? Bis Disconnect kommt. Jaja, genau. Schon regnet es. Wenn sie strömen. Und die Spur hinter uns, ja. Und sonst ist wieder heller. Haha. Jaja, Whains! Jaja, Tempe. alle gesche尽. Stm-1-233s sind in Mexikasi. Aaaaaaahhh, Kapital! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Ach, das war es. Der Motor ist auch gleich tot. Warum? Einmal lang, der Motor ist tot. Ja, wenn du direkt reinsteuerst. Ach, das war es. Ach, das war 2,5 Liter aus. Ach, das war es? Ja. Iets minder, ja. Ach, das war es. 1,2 Liter. Warm up. 1,2 Liter. Warm up. Warm up. Vielleicht starten wir ja auch im feuchten. Und dann schifte es sich gleich richtig ein. Ja, das ist heute Russisch-Roulette. Aber das ist lustig. Russisch. Russisch. Russisch? Russisch. 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 Das war serbisch. Sehr beschissen. Russisch. Russisch. A-A L-O-L A-I-Punkt-Punkt-Punkt Noch mal 15 Kilo drauf Hast du? Die machen auch nicht so viel aus Na doch Ach, das hätt ich euch ja sagen können, wa? Äh Warum bin ich wohl hinten? Eheh Eheh Gah Aber 15 Kilo ist meine Wie können das Zündlein an der Waage sein? Vielen Die machen vielleicht ein halbes Zündel aus, oder so Ja, bei mir. Es macht schon mal eine Sekunde aus Ersten Sekunden Aha Oh, das klappt auch. Es klappt auch sein Körpergewicht Oh, jetzt schüttelt's richtig, ja. Oh, 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 oh. Die Mediums geht gut. Oh, 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 oh. Warte, noch eine Runde ab. Basil, du hast ne Wiese. Diesel? Der Piesel war ne Wiese. Hier, sind wir eigentlich schon auf Sendung. Jawohl. Jawohl. Ah, fein. Fuck. Wollen wir jetzt besser Regenweich nehmen? Ja, Regenweich, ja, ja. Regenschlicks. Scheiße, auch gar nicht. Regenschlicks, genau. Oh Mann. Regenreifen. Schleck sucht Medien. Also, ich meinte jetzt... Medien? Schleck? Schlecker. Ah, verrückt, Mann. Ja, das Medien sucht er hier nicht. Also, besser ist Regenweich, ja? Ich hab Anna verkackt mit Medien. Ja. Ja, stimmt. Oder soll mal Regen hart nehmen? Nee. Macht lieber das, was dir Anna gemacht hat. Es kommt erst mal drauf an, wie gleich die Bedingungen sind, würd ich sagen. Ja. 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 Also, mich verrückt machen lassen. Eine Sonne scheint wegen hart. Und jetzt am besten am Start? Was für Reifensäure da nicht? Wir wissen doch noch gar nicht, was für Wetter ist. Wartet doch mal ab. Schmierkette drauf. Schmierkette, genau. Da ist es Funken. Äh. Was haben wir erst drauf tun, wenn ein paar Platz findest, gell? Meinst du nicht während der Pfaden braucht? Eine verrückte Bande hier. Ja, die Ketteöl in meinem Pfaden, das hatten wir doch vor kurzem, oder? Ja. Doch liegt bis von nichts. Ja, ja, ja. Du hast ja hier hier geschehen, wenn es ums Ölen ging. Irgendeine Fahrt. Ja, wir haben da vor die Kette geölt. Ah je, die Sonne ist da. Vorhersage purer Sonnenschein. Sonne. Ja. Da haben wir bestimmt auch 5 Runden Trockenheit. Bestimmt. Jetzt kann ich euch auch sagen, dass ihr Regen weich nehmen sollt. Genau. Alles klar. Regen weich? Ja, Regen weich jetzt nicht. Regen weich. Das verrasch ich mich nicht. Ja, Regen weich, es wird gleich regnen. Nein, pass auf. Wir fahren eine Runde, der Regen kommt. Du wirst sehen. Und Zoom. Aber dann... Na. Ich hab's euch gesagt. Oder nicht. Oder nicht. Oder... Pssst. Also ich hab jetzt Regen weich drauf jetzt. Ja. Nein. Mach die normal. Nein. Trocken. Trockenreifen. Ich hab nur die Felge drauf. Ohne Reifen. Also ich hab die Reifen drauf. Also Slicks mittel oder was? Ne, Slicks weich. Weiche Slicks. Weiche Slicks. Weiche Slicks, okay. Wetter von der Ersage trocken. Hm. Ich hab Medium drauf. Ich hab Medium. Lieber sicher, sicher. Ich hab Regenreifen drauf. Mach das so wie Vega plus andersrum. Machen wir mal das Beste drauf. Du kannst mit Soft jetzt besser dran sein, weil's dann gleich regnet. Oder halt auch nicht. Das weißt du nicht. Ja. Viel Glück dann. Ja. Viel Glück. Viel Erfolg. Ja. Und Action. Pick dich. Hallo. 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 Oh jetzt wird schon dunkel. Ja. Oho. Sorry. Go 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 go. Hallo. Hallo. Ich hab das schon mal tot. Wolleig. Oh ja. Ich habe das schon zwei. Es ist ja sicher, dass man das ist. Ich hab eine, die Slicks. Ich habe eine Blö tungstür. Ich bin ganz Holland hinter mir. Ja. Hey Junge! Aua! Boah. Was ist hier los? Was ist das? Ja, da ist irgendwie unbekommen. Ich konnte ja nicht ausweichen. Au, 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 au. Aaaaah! Was liegt auf dem Kopf? Weil ich nett bin. Ja, ich konnte gar nicht mal ausweichen, weil hier vorne hat es geknallt. Und Horst hat den Wagen schon zur Kontrolle bekommen. Die Motor ist auch sehr schnell. Ja! Inderdaad! Was ist das? Ja. Drehst du da nach unten gedreht oder nicht? Boah, der muss dann verloren. Was ist das? Ja, in der Quali nicht. Was ist das? Auf jeden Fall, ich wurde angeschubst. Das war mal so. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Fall so... Kjördung in den Mittag. Ja, aber man muss aufpassen auf den... Wofür hast du bis an verloren? Ja, man muss aufpassen. Ich habe auch schon die 4 zu 4 verloren. Immer schön auf die gelbe Leuchte im Cockpit achten beim Schalten. Ich sitze aber auf der Haube. Nachdetails bitte anschnallen. Nee, wenn die leuchtet, schalten. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Sogar Schenken wird. Sogar Schenken wird. Sogar Schenken wird. Ja, ich habe viel mehr. Ich werde ihn nicht retten. Ich bin nicht immer noch so. Ich kann auch nicht hier hin. Nein, das kann nicht. Und ich habe einen Moment. Dasselche Spielstüge. Das ist ein Moment. Das ist ein Moment. Das war's für heute. Das war's für heute. Tschüss. Alle rein in die Box. Alles. Alle rein in die Box. 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 ничего. Nilsky hat's jetzt auch gern raus getragen, da musste ich ein bisschen korrigieren Neben mir warst du aber da wohl nicht mehr, oder? Doch, doch doch. Ach so. Ah sorry. Deswegen musste ich bissel halb ins Grün jetzt raushüpfen, bevor es geknallt hat jetzt Hab gedacht, ich wäre schon vorbei, Sorge Nee, nee Tja, ich hab... ...es Spielabsturz gehabt Ah, scheiße Scheiße ... ... ... Das war's für heute. 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 Das wollte ich nicht. Was war denn? Gut, dass ich dich nicht berührt hab. Ich bin quergekommen und dann war ich am Ruder. Das war's für heute. 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 Passte mal ein bisschen nicht auf mit der Drehzahl, 1% weniger, Schwups! Problem habe ich nicht. Also ich habe seit dem Start auch noch keinen einzigen Prozent verloren. Dabei wird der gar nicht so heiß. 86 Grad. W Heaven wird wahrscheinlich einfach den Drehzoll dazu hoch. Wahr verabschииinge-Jetzt! Jetzt! 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 Dinn, din, din, din. Jetzt, wir haben uns gleich. Gleich unten. Wieder hell. User disconnected from your channel Halt coole ist, die 55er fahre ich auch bei den Bedingungen, wenn es so bleibt Wenn es so bleibt, sehe ich die auch in der Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin rausgerutscht und bin weggeflogen. Der ist dagegen nie geknallt. Mörder! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich kann nicht mehr Fully-Pully fahren, mein Motik ist auf. Ihr schafft es, los weiter! Und jetzt geht's scheiße! Ich hatte auch angekündigt, ich stelle uns in die gleiche Box rein. Bin gleich weg. Ja, aber es kostet mich halt eigentlich das Rennen mit. Weil das holst ja nie wieder auf. Es waren halt 30 Sekunden, die ich hinter dir stand. Ich wollte eigentlich auch schon eine Runde eher in die Box, aber da ist gerade einer quer über den Boxeneingang gerodelt. Bin ich doch noch mal draußen geblieben. Ich brauche meine Pitboxen nicht, Gott so dumme. Seht wie man zu uns abgefahren hat? Ja, ja. Und schon. Einmal noch raus, ich hab bei meinen Slicks rechen. Sie haben noch Trockenreifen? Natürlich! I don't see! Hier Five. Samba oder E? Es wird nicht warm, was wir zu uns! Ja, es wird warm. Ja. Es will ein guter Schiff. Okay, slow the car down. Junge, Junge, ist der Siam langzaam dann? Ja, dann vall ich sehr viel zurück. Extra stop. Hast du keine Schlicks, Siam? Nee. Ja, keine Regenslicks. Die Regenslicks wieder. Die Regen kommt vor dem Schiff. Die Regen kommt zurück. demi, fang ist weiter. Schief, bis zum Schiff. der 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 Kommst du doch! Ja, er steht auch schon hinter mir! Ja, das war doch auch schon da, ey. Ja, es soll bitte stärker regnen. Ja, würde ich auch so. Wird ein bisschen warm da reifen. Hat er noch gelassenen Regen. Ja, wer hat da dann eine Zegerei oder was ist das? Ja, da hat er noch eine Seil wieder als Lenkrad. Mein Gott. Es sind auch keine Bauern mehr neben die Strecke. Der muss Holz für den Winter sägen. Schnee kommt. Irgendwie so eine Bandsäge hier. Ist das sofort over? Ja. Tut mir gut. Oh, normalerweise. Ja, total warm. Ja. 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 Jetzt kommt die Sonne raus. Ach, das ist ja schade. Ja. Oh, ich hab ja gar nicht auf den Regenreifen gefühlt. Ich kann mir aber gefokert. Kann doch schief gehen. Dass Levy anfängt. Toll, ich mach grad Regenreifen drauf. Renner hat beim Rennen gewonnen. Da war er siebenmal in der Box. Und er hatte immer zur richtigen Zeit die richtigen Reifen drauf. Das ist etwas blöde bei GTR 2, dass man nicht in der Box sich nochmal umentscheiden kann. Ja. Kurs, Renner. Zieh im Regenreifen. Nö. 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 Es wird wieder Regen. Ja. Es wird wieder dunkler. Ja. Ja. Das ist das Wettbewerb. Nein, nein, nein! Das ist mir mal vorbei dann! Das ist mir mal vorbei dann! Entend mir? Ah, nein! Ja, das ist gut! Nicht das! Oh, Mann! Sind die Baum ist schon weg? Das ist unser Kanadier, der das Holz sägt! Das ist unser Kanadier, der das Holz sägt! Das ist unser Kanadier! Das ist unser Kanadier! Und dann, der das Holz sägt! Das ist unser Kanadier! Das ist unser Kanadier! Das ist unser Kanadier! Ah, das ist so schwer. Oh, schieb. hier ja, ich habe ein Klappmann bekommen ja, da kommt in die Mediums ich habe jetzt bei dem Soft und bei dem Redaktion Raffi, hier rechts. Schwott noch schnell zum Aldi. Reisel durch, trocken reifen. Ja, medium vorne, soft hinter. Ja, soft soft ist auch gut. Wer fährt noch auf Ring? Reisel durch? Ja. Wir rinden das auch noch. Jetzt ist es nur weg. Geht den Pegel wieder Richtung Trockenreifen. Wahr verhalten. Was fährt die Regenreifen? Zeiten? 56er. 52,5. Ich würde ja gerne rein, aber da steht einer. Ich habe Pingunis Face auch versaut. Dann auf seinem Platz und dann... Da am Hagen. Der Nilski steht auf meinem Platz. Wobei ich es angekündigt hatte. Hallo. Wie geht's mit dem Gell? Wie geht's mit dem Gell? Wie geht's von einem solchen Gell? Der ile ich alles zu einer Knie nicht mehr so zu einem Gell. Ich war immer noch viel zu einem Gell. Aber da steht mit einem Knie und einen Gell. Raffi fährt Holzreifen. Oh Mann. Vorne Buche, hinten Eiche, ne? Ja. Ich hab grad wieder gewechselt auf Mehl. Mehl? Ja auf Mehl, genau. Auf Medium, aber irgendwie ist das für ein Arsch. Nein, man, konzentrier dich. Scheiße. Hallo. Ciao. Du fährst Regenreifen? Ja. Mit. 15 Grad. Ja, ich fahr dann gleich links vorbei. Was? Raffi, ich geh auch links. Danke. Bitte. Achtung, 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 Achtung! Ich hab's geklappt. Ich hab's geklappt. Da ترك 아닙니다m людей Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Nothat ist wird nichtnt und klar. Frankreich? Ja Jetzt kommt ein Regen Obst du richtig mal einen Zoom? Ja, du bist ein Regen, Leute Probieren, Achtung Ja, du mal durch Es ist nicht so glatt Er leckt mich doch am Arsch Wo bleibst du? Na, ich muss gucken, was der jetzt macht Ich muss gucken Ich bin raus Ciao, Ciao Go Wartest du auf mich, oder? Und grüßt Und grüßt Recher- Untertitelung des ZDF, 2020 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 Raffi, nicht bewegen, ich atme nicht. Und nicht schlagen. Ja, gut, ich habe meine Freundschaft vorbei. Einfach ein bisschen eher bremsen, Raffi. Ja, ich glaube, ich habe die falschen Reifen drauf. Ich habe wieder... Wie gerade haben die denn? 103. Jetzt wird es wieder. Mal sehen, wie lange. Es geht wieder Regen. Aber ich habe keine Regenreifen drauf. Auch nicht schlimm, ich habe auch Sleeks drauf. Jetzt geht alles los. Ja, aber meiner rutscht dauernd weg, ey. Danke. Vorsichtiger mit dem Gaspedal umgehen. Ja. Neben der A-Linie schicken. Ach, der Nesca. Auf dem Pin zu uns die Probe. Ja. Mein Gaspedal ist ein Knopf. Haha. Au. Haha. Ja, Regen. Wo? 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 Halt, aber richtig dunkel. Regen? Was ist hier so draußen, Rogi? Ja. Haha. Ja. 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 Wenn das nicht sofort wieder trocken wird, dann gewinnt Karin das das. Ich glaube, das bleibt jetzt nass. Ja. Ja, sieht aus, dass es bleibt. Verdammt, ey. Ja. Wie fährt sich die Schrecke so mit Regenreifen? Kennen wir? Hast du nie gemacht? Keine Ahnung. Na klotzke denn das? Was ist auf dem Teppich? Es... Oh ja, jetzt. Baaah, jetzt muss ich wieder aufpassen. Kommst du? Ich versuch! Bleib da denn! In den Regen greifen! Ich hab 6 drauf! Lägt lieber vorfahren! Hier ist auf dem Sammelnbecken, hier geht das Kiesbett hier! 4 Leute hintereinander im Kiesbett! Ja? Das ist auf dem Sammelnbecken! Oh, jawoll! Oh, sorry! Das kann ja nicht wahr sein! Fährt wie der letzte Hempel hier auf die Strecke zurück! Und da brauchst du eine Minute und aus dieser Scheiße wieder rauszukommen! Ja, das ist echt kacke hier! Äh, das ist... Der erste Grind ist heute vor- und abgeräumt! Nein! So, jetzt fällt die... Äh, das geht... Kein Bock auf die Scheiße, ey! Kein Bock auf die Scheiße, ey! Ernst! Nein! Ich muss nochmal in die Box! Gutes! Neues Events, Oishi! Ey, gut, ich hab einen extra Stopknight da! Jo, das ist auch noch Slicks! Dank Suri! Dank Suri hat's mir die Karre zuhaubt! Gut, feiert! Au, Mist! Nilsky, wegen dir bin ich an der Box durchgerutscht! Sorry! Und jetzt auf Zwitsch, Alter! Eine Runde, ey, warte, kack, ey. Mist, das war's. Aber hättest du da nicht so weit zurückfahren können? Nein, hat nicht geklappt, ich hab das so, fangen wir nicht wieder raus. Und jetzt dreh ich dich nur noch in jeder Kurve, ey. Gewillt, Mann. Oh, nasser Kies, geil. Nasser als nasse Wiese. Ich war gerade nasse Wiese, ja. Ich hab jetzt mal so 50 Sekunden schon in der Runde verloren. Ich hab nasse Wiese, jetzt schon ran, als Windel wechseln, Kotwort. Komm, Miller, nasse Wiese. Ja, okay, ich komme. Oh, nach 8 Milliarden Jahren hab ich's denn doch geschafft. 3 Runden zurück und dann kick dich weg, ey. Was da draus? Ja, jetzt sind sie, wo ist das denn? Das Schieb da klauen dich weg, du rutschst in die Leihplanke, verlierst erst mal alle Anbauteile. Ach, quatschen hier jetzt, eh nie, ihr Wondi, ich könnte da eh noch abgeschossen. Echt, wie ist das denn? Also. What the fuck hier, ey. Oh, ist ja nass. Oh, gerade noch, ich krieg's die, die bleibst rund auf den Boxen. Tuh, 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 tuh. Tuh, 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 tuh. Ach, ey. Reicht. Anken. Ein. Beeilung schreit er mir zu. Jetzt machen sie hier extra Pause. Das ist auch immer schön, ne, dass die Boxen-Crew dich beim Boxen-Stop anschreibt, dass du dich beeilen wolltest. Ja. Ja, jetzt sollen sie mal mit Raikün machen, der steigt gleich aus. Ja. Bereicht ihnen sein Integral. Ja, wenn du was sagen willst, mach deinen Download aus. Mist, das war's mit Top 10, ey, what the fuck hier. Was ist denn jetzt los? Ja. Ah. War der Regen weich oder hart? Weich. Zwei Sekunden schneller experience mit so einem harten Momentan. Oh doch, es fährt sich anders als Trockengreifen. War der Sam. Becker und seine Buchstaben, super! Ich hab's abgehackt, ey! Sorry! Vor allen Dingen sorry, als wenn's jetzt auffällt! Seit zwei Stunden! Ich bin dafür, wir verlängern das Rennen um zehn Runden. Okay. Ich bin jetzt zu früh abgebogen, Raffi. Ist noch eine weiter. Boah, die Spiegelung ist ja jetzt heftig. Ich hab's noch ein bisschen besser. Wenn du jetzt nur aufm Asphalt kickst, musst du bekloppt mal ein paar Runden. Bekloppt. Ja, jetzt hat ein scheiß Rennen, ey. Durchhalten, Raffi! Durchhalten! Raffi, bist nur ein Platz hinter mir! Raffi, bist nur ein Platz hinter mir! Raffi, bist nur ein Platz hinter mir! Da ist Herr Raffi schon wieder 20 Meter links abbiegen bitte Den Airbag lösen Sie mit Hilfe Ihren kräftigen Kopfstoßes auf das Lenkrad aus Ah Gehirn, das fährt die ganze Zeit nur noch 1.01er Echt? Ja Das war nicht gut oder? Für Regenreifen? Ja, aber das blöde ist halt ich bräuchte jetzt noch 10 Runden und dann würde ich ihn wieder einholen Aber es sind nur noch 4 Ja Na ja, ich bin vor ihnen Was zahlst du? Aber hier wird ja auch nichts aufgenommen Scheiße Niemand weiß das Hast du gesehen? Ich hab gewunken Raffi Ja hab ich gesehen Aber er raff doch noch meinen D-Job Regenreifen Raffi Ohohohoh Oh nein 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 Oh Gott ey Also ich fahre 57 mit Regenreifen. Nein, dann geht's fein jetzt nicht. Ich auch. Kommt der Weiche-Regel. Left. Soft-Regel. Regel schlägst. Genau. Mit Schnee, mit Schnee kennen wir doch mal lustig rennen. 60 Grad. Asphalt kannst du denn erneuern danach? Abweichs. Abweichs. Ach, hätte ich nicht gewusstet. Regenreifen macht ja auch Spaß. E.A.L. Samstag. Aber diesmal keine Ausreden. Keine. Alle eigenverschulden. Dankweilig. E.A.L. E.A.L. Aber dass man mit einer 53.9 im Quali auf Platz 13 oder watig war? Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte so 53 bist du locker Top 10? Nee. Hade das die schnellste Rennrunde nicht gewertet wird für Regen. Extra. Ja. Kurze Motivation. Genau. Bei 56 hier hin. свидer Was sie bereit sind, Raffi? Jo! 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 Welchen Reifen? Ich frage noch weiter, welchen Reifen? Vorderrechts Oh, jetzt bin ich auf 51 groß 1,51 Ja, schön gemacht! Ja, danke! Oh! Du auch! So, Reh! Ja, super! Noch ein paar Runden, dann hätte ich ihn aufgeholt Ja, das kann er! So, wo sind sie? Anvisiert Und BAM! So, wo sind sie? Äh Na, immerhin nicht letzter Pippen Genau Äh, etwa Der letzte ist Jackpot Oder der, der als erstes rausgegangen ist Sorry, hätte ich mich auch jedes Mal entschuldigen können, ey Gruppenregeln lesen Ah, ne, das war heute so scheiß Hätte einfach einen Tipp vom Quali nehmen sollen Reifenhof volltanken und ab Das war heute so scheiß das Rennen, ehrlich, ey Boah, nur weggeballert Ballert Cool Erst haue ich Horst weg Dann den Samt Jetzt von unten nach oben aufziehen, die Liste Aber wenn ehrlich, das war echt nicht meine Schuld Also Jaaa Das ist die Renni Das war Scheiße Jaaa Du musst mal ein bisschen mit den Füßen spielen, Raffi Ja, ein bisschen Ja, ein bisschen Bisschen Training Genau, ein bisschen Training hätte ich auch noch Das ist eine gute Training für dich Genau Ja 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 Da hättest du also mit mehr Training wärs auch besser gelaufen Übungsrunden Drei Und Spaß mit mir Ja Ich hab auch Spaß gehabt Ja Ich hab auch Spaß gehabt Ja Es war nicht schlecht Ja, um Himmels Willen Aber ich hab da auch die falschen Reifen wieder drauf Ich bin ja nur noch weggeballert Ja, aber trotzdem Ich bin auch mit Slicks gefahren, wo du Slicks hattest Ja Das geht alles Ist alles Übungssache Genau Also den Wagen hättest du ein bisschen mehr üben müssen Dann hätt er auch gefesselt Ja Aber da kann man gut kontrollieren, wenn er wegdriftet Also das hab ich gemerkt Also wenn er das kreiselt, kann man's gut kontrollieren, ne? Ja Ja Also bin ich ganz ehrlich, das Ding kann man gut abfangen Ja Mit der Leitplanke Ja Ein paar mal in den Rückspiegel gekriegt und dachten so Ja Helldunkel, helldunkel, ach er dreht sich Helldunkel, helldunkel Wie so ein Und äh Gesundheit Gesundheit Wie so ein Untertitelung des ZDF, 2020